Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dr. Frank Morgan, ein erfahrener Psychotherapeut. Er stößt auf das beängstigende Geheimnis eines Patienten. Er setzt alles daran, die schreckliche Wahrheit herauszufinden, bis er ihr eines Nachts gegenübersteht. Seite um Seite entfaltete sich ein Szenario des Grauens. Ich fand rätselhafte Gebäudegrundrisse, die nicht stimmen konnten. Unscharfe Bilder von Zellen, unter deren Türen dunkle Wasserlachen hervorquollen. Und Sarah Freeman, die junge Studentin, die erst vor kurzem nach Portaville gezogen ist und die nun für ihre Neugier einen hohen Preis bezahlen muss. Jetzt in geballter Zahl rochen wir sie auch. Es war eine gewalttätige Mischung aus Urin, Fett und altem Männerschweiß, die mir sofort den Magen umdrehte. Ich hatte aufgehört zu schreien. Doch die Schreie haben nicht aufgehört. Fotos gefesselter Patienten, in deren Gesichtern nackte Angst stand. Die Männer bewegten sich nicht. Sie starrten uns an und warten. Entdecken Sie das dunkle Geheimnis einer Stadt. Die neue Thriller-Serie auf sechs CDs. Iva Leon Mengers Darkside Park. Ausgezeichnet vom Hörbüchermagazin mit dem Prädikat Sehr gut.